Glück ist, flexibel im Denken und Handeln zu sein. Denn unsere Glücksfähigkeit wird maßgeblich dadurch bestimmt, wie sehr wir bereit sind, unser Denken zu verändern, wie flexibel wir sind, eingefahrene Verhaltensmuster zu transformieren. Wenn wir aufgeschlossen für Neues sind, wenn wir ab und zu von unserer Alltagsroutine abweichen, werden wir wunderbare neue Erfahrungen machen. Dann verbanne den Satz, das habe ich immer schon so gemacht, aus deinem Wortschatz. Lebe nach dem Prinzip, ich bin offen für alles Neue. Dann öffnest du dem Glück die Tür.